Yes. Aber das war ja keine Katapult-Achterbahn. Also direkt los ist relativ. Oh, mein Sitz ist noch warm. Das Problem ist, dass wir erstmal hochfahren. Ungefähr so in so einem Vorsteil, muss ich mal sagen, auf so einem Radwinkel. Das Problem ist, wie er, du hast keinen Moment, um dich vorzubereiten. Und zwar merkst du, die ersten Leute fallen ungefähr. Ich hätte das noch enger machen können, finde ich. Ja, komm. Heißt du raus? Oh, oh. Oh. Ich kriege dich tiefer, um zu sterben. War nett. Ach, Welz. Ich halte mich einfach ganz doll fest, dann kann ich nichts passieren. Dann reißt du das ganze Ding einfach nicht aus. Okay, und tschüss. Ich habe alles gelesen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Schluchzz Die Jacke ist davor geflogen, d.h. ich musste während der Fahrt anfangen, hier so zu sitzen. Das hat nicht geklappt. Sie flatterflattern. Ich ne. Ich bin so am Ende. Voll weiner. Ich bin dir immer mutig, tust vorher. Wassup?